Steno Tweets Wer kennt nicht Twitter Die Micro-Blogging-Plattform Warum nicht Solche Kurz-Nachrichten Das geht sicher besser Gleich Kurz-Nachrichten Auf YouTube Austauschen Jeder Kann Dabei Eigene Beiträge Spontan Erstellen Oder Einander Helfen Per Video Antwort Die Fehler Oder Unvollkommenheiten Von Anderen Zu Korrigieren YouTube Macht's möglich Ach ja Man achtet Darauf Dass Das Ganze Unter CC Bisa Creative Commons Lizenz steht Friedemann Friedemann Man Man achtet Darauf Man Achte Darauf Komma Dass Die Videos Unter Creative Commons Lizenz Lizenz Stehen Komma Damit Sie Frei Von Anderen Verwendet Werden Können An Han 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 Han